Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe von Mathematik macht Freude Freunde. Mein Name ist Christoph und ich bin dein Coach für das Arbeitsblatt Komplexe Zahlen. Bitte lade dir das Arbeitsblatt nun unter der unten angegebenen Website herunter und halte es griffbereit. Du kannst das Video jederzeit anhalten und nochmals anschauen, wenn du magst. Wie der Titel dieser Videoreihe schon aussagt, besprechen wir heute gemeinsam das Thema Komplexe Zahlen. Die komplexen Zahlen sind das Ziel einer langen Reise durch die mathematischen Zahlenbereiche. Aus der Volksschule, aus dem Gymnasium, aus der Oberstufe kennst du die verschiedenen Arten von Zahlenbereichen. Den ersten Zahlenbereich, den du kennengelernt hast, waren die natürlichen Zahlen. Die natürlichen Zahlen umfassen alle Zahlen ab der 0. 0, 1, 2, 3 und so weiter. Das heißt alle positiven Zahlen. Mit Hilfe von natürlichen Zahlen kannst du gefahrenlos addieren. Das heißt 2 plus 3 ergibt 5. Das ist wieder eine natürliche Zahl. Das heißt die Addition ist in n immer möglich. Was aber nicht immer möglich ist, ist die Subtraktion von zwei Zahlen, wie beispielsweise 1 minus 2. Diese Zahl oder das Ergebnis dieser Rechnung ist keine natürliche Zahl mehr. Das heißt wir brauchen einen neuen Zahlenbereich, in dem auch die Subtraktion zweier Zahlen möglich ist. Und das ist der neue Zahlenbereich der ganzen Zahlen z. Sie umfassen alle Elemente ab der 0, 0, 1, 2, 3 und so weiter. Aber auch alle negativen Zahlen, wie minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter. In z kannst du immer addieren und du kannst immer subtrahieren. Das Ergebnis ist immer eine Zahl, die in z liegt. Das heißt die Addition und die Subtraktion sind Rechenoperationen, die immer in z möglich sind. Was aber nicht immer möglich ist, ist die Division zweier Zahlen, wie beispielsweise 3 durch 4. Diese Zahl ist keine ganze Zahl. Die Division von 3 durch 4 ist keine ganze Zahl. Also brauchen wir auch einen neuen Zahlenbereich, in dem auch die Division von allen Zahlen möglich ist. Und dieser Zahlenbereich ist der Zahlenbereich der rationalen Zahlen. Die rationalen Zahlen können definiert werden durch a durch b, das heißt a Bruchstrich b, wobei b der Nenner ungleich 0 sein muss. Rationale Zahlen können eben auch als Bruchzahlen bzw. Dezimalzahlen geschrieben werden. Sie umfassen bereits die ganzen Zahlen. Dazu kommen aber auch noch alle Zahlen, die keine ganzen Zahlen sind, aber als Bruch bzw. Dezimalzahl geschrieben werden können. Wie beispielsweise 3 durch 4 oder die Dezimalzahl 3,6 periodisch. In q ist daher immer die Addition, die Subtraktion, die Multiplikation, aber auch die Division zweier Zahlen möglich. Was aber nicht immer möglich ist in q ist das Ziehen einer Wurzel, wie beispielsweise die Wurzel aus 3. Diese Zahl, vielleicht weißt du das schon, die ist keine rationale Zahl. Es gibt Wurzeln wie die Wurzel aus 4, das ist 2, oder die Wurzel aus 9, das ist 3, die sogar natürliche Zahlen sind. Aber es gibt auch Wurzeln, wie beispielsweise die Wurzel aus 3, die Wurzel aus 2, oder die Wurzel aus 6, die keine rationale Zahl sind. Sie sind keine Brüche und auch keine Dezimalzahlen. Deswegen müssen wir diesen Zahlenbereich der rationalen Zahlen wieder ergänzen, und zwar durch den Zahlenbereich der irrationalen Zahlen, der geschrieben werden kann als i. Dieser Zahlenbereich umfasst alle Zahlen, die jetzt nicht als Bruch bzw. Dezimalzahl dargestellt werden können, wie pi, e oder auch die Wurzel aus 6. Gemeinsam mit den rationalen Zahlen ergeben die irrationalen Zahlen den großen Zahlenbereich der Rehlenzahlen. In den Rehlenzahlen kannst du gefahrlos addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren, aber auch immer Wurzel ziehen aus einer positiven Zahl. Die Rehlenzahlen können dann auch auf der Rehlenzahlengerade dargestellt werden. Ein Problem, was es bei den Rehlenzahlen gibt, ist beispielsweise die Gleichung x² plus 1 ist gleich 0. Diese Gleichung würde uns auf ein Ergebnis führen mit x gleich plus minus die Wurzel aus minus 1. In den Rehlenzahlen ist das Wurzelzinn aus einer negativen Zahl nicht möglich, also ist diese Gleichung über r nicht lösbar. In der Mathematik ist es aber durchaus erwünscht, dass jede Gleichung 2., 3., 4. Grades usw. immer Lösungen besitzt. Das kann man über r niemals erhalten. Deswegen brauchen wir einen neuen Zahlenbereich, und zwar den Zahlenbereich der komplexen Zahlen, der mit c abgekürzt wird. Komplexe Zahlen können definiert werden als a plus i b, wobei a und b reelle Zahlen sind. In diesen Zahlen fällt dir sicher auf, dass du ein i besitzt. Das heißt, i ist die imaginäre Einheit einer der wichtigsten komplexen Zahlen, die eben definiert wird als i² ist gleich minus 1. i ist damit eine Zahl, deren Quadrat negativ ist und damit die Gleichung x² plus 1 gleich 0 löst. Über deine komplexen Zahlen kannst du ganz normal addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und damit auch Wurzeln aus positiven als auch aus negativen Zahlen ziehen. Und damit kann jede Gleichung, 2., 3., Grades usw. gelöst werden und besitzt sogar so viele Lösungen, wie der Grad der Gleichung ist. Dieser Satz ist der Fundamentalsatz der Algebra, einer der wichtigsten Sätze in der gesamten Mathematik. Ich möchte dir diese Zahlenbereiche nochmals in einer Grafik näher erklären und zeigen, wie diese Zahlenbereiche miteinander zusammenhängen. Wir beginnen beim Zahlenbereich der natürlichen Zahlen. 0, 1, 2, 3 usw. Dieser Zahlenbereich ist eingebettet in den größeren Zahlenbereich der ganzen Zahlen, die neben den natürlichen Zahlen auch alle negativen Zahlen wie minus 1, minus 2, minus 3 usw. umfassen. Die ganzen Zahlen sind ein Teil der rationalen Zahlen, zu denen auch Bruch- und Dezimalzahlen gehören, die keine ganzen Zahlen sind, wie 3 Viertel, 111, 43 oder minus 3,6 periodisch. Wir haben diesen Zahlenbereich Q dann ergänzt durch den Zahlenbereich der irrationalen Zahlen, zu denen Pi, E oder die Wurzel aus 6 gehören. Diese irrationalen Zahlen sind nicht Teil der rationalen Zahlen. Denn keine rationale Zahl ist eine irrationale Zahl und keine irrationale Zahl ist eine rationale Zahl. Die irrationalen Zahlen sind daher getrennt von den rationalen Zahlen anzusehen. Aber gemeinsam mit den rationalen Zahlen ergeben sie den großen Zahlenbereich R der reellen Zahlen. Dieser Zahlenbereich ist dann eingebettet in den größeren Zahlenbereich der komplexen Zahlen, zu denen i, minus i oder 3, minus 2i gehören. Damit können wir sagen, dass jede reelle Zahl ein Element der komplexen Zahlen ist. Aber nicht jede imaginäre Zahl, wie beispielsweise 3, minus 2i, ist eine reelle Zahl. Ich wünsche dir viel Spaß mit den komplexen Zahlen und ich freue mich auf das gemeinsame Arbeiten mit dir.